So Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal Plastiknerd. Lange habt ihr darauf gewartet, lange habt ihr auf dieses Review Unboxing gewartet von dem Snapmaker A350. Es ist ein großer 3D Drucker, es ist ein schwerer 3D Drucker und es ist ein lauter 3D Drucker. Aber ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Hier in diesem Video sollte es ausschließlich darum gehen, dass dieser Drucker ein 3D Drucker ist. Ich habe hierfür auch noch den Laser Engraver und die CNC Maschine dafür, dass ich den dann hier umbauen kann, in einer 3 in 1 Funktion, so wie der Snapmaker auch angegeben ist. Es gibt ihn in drei verschiedenen Größen, A150, A250 und A350. Der Snapmaker kommt in einem großen Karton mit sehr, sehr, sehr vielen kleinen Kartons, die sehr hochwertig sind, sehr gut verpackt sind, schöner Schaumstoff, schön ins Inlay, alles top und alles super beschriftet, dass ich weiß, okay, das ist für 3D Druck, das ist für CNC, das ist für Laser. Super Sache. Das Ganze hat auch noch eine kleine Toolbox mit bei und alles drum und dran ist einfach ein spitzen Konzept, so wie es out of the box der erste Einschein für den Kunden ist. Die Aufbauzeit des Druckers beträgt circa 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten, wenn man die Teile so ein bisschen suchen und sortieren möchte. Das Ganze ist aus massiven Aluprofilen. Das Ganze hier ist gebürstetes Aluminium, brutal schwer, brutal massiv, aber auch brutal genau. Laut Maßstab sind die Aluprofile, diese Profile, an denen die Motoren und Spindeln versteckt sind, 47 auf 47 Millimetern. Also hier ist wirklich Präzision, das ist alles sehr, 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 sehr hochwertig. Aber man muss auch dazu sagen, der ganze Drucker, so wie er hier steht, würde 1799 Euro kosten. Sehr, sehr, sehr teuer für das, auf was ich jetzt gleich zu diesem Drucker sagen werde, denn ich finde ihn für dieses Produkt zu teuer. Das Ganze ist auf Kickstarter gestartet, gelauncht worden und hat über 7 Millionen Dollar eingenommen. Von daher würde ich sagen, ey, da hätten die ein oder anderen Teile doch etwas besser ausfallen können. Dazu aber dann später mehr. Ich meine, das Paket hat 38 Kilo gewogen, es stand sogar drauf, irgendwie sowas um den Dreh. Der Drucker hier, nur der 3D-Drucker, inklusive Filamentrolle. Ich sage, zwischen 25 und 30 Kilo wiegt dieser Drucker komplett aufgebaut. Super, super schwer, aber auch super stabil. Wenn man den Drucker dann aufgebaut hat und hier vor sich stehen sieht, das optische Dasein dieses Druckers ist erstklassig und habe ich bisher noch nie so gut gesehen bei irgendeinem Drucker. Das muss man fairerweise sagen. Zudem kann man auch sagen, dass die Aluprofile hier überall kleine Löcher haben mit schon geschnittenen Gewinden. Das bedeutet, man kann überall an den Druckern hier auf der hinteren Seite etwas montieren, wie Werkzeughalter, Filamenthalter oder, oder, oder und hat hier wirklich viel, 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 viel Spielraum, um Accessoires für dieses Druckobjekt, für diese Maschine dran zu schrauben, ohne dass sie hier im Fahrweg der X-Achse, Y-Achse oder Z-Achse im Weg sind. Wenn man sich für so eine Größe entscheidet, muss man vorab wissen, ob der Platz zu Hause auch dafür da ist. Dieses Teil ist schon brachial groß, muss man ganz ehrlich sagen, aber wir haben auch natürlich hier ein Riesendruckbett von 340 auf 330 mal 320. Also wir haben hier ein Monsterbauvolumen. Ob man das wirklich nutzen möchte bei dem Gerät, bei der Lautstärke, wo ich gleich zu komme, weiß ich nicht genau, aber die Größe des Druckvolumens muss auch die Größe des Geräts widerspiegeln und wir haben hier ein Maß von einem aufgebauten Zustand. Nur der Drucker jetzt an sich ohne Netzteil. Der Drucker an sich von der längsten Stelle bis zur längsten Stelle sind circa, gut gerechnet, 51 Zentimeter in der Tiefe. Wir haben, gut, wir müssen hier die tiefste Stelle nehmen, das sind die Kabel an der Stelle. Wir haben hier circa 51 Zentimeter in der Breite und wir haben circa 53 Zentimeter in der Höhe ohne Filamentrolle. Und jetzt mit Filamentrolle meine große Printfield-Filamentrolle, ein Kilo, ungefähr 67 Zentimeter mit Filamentrolle, wenn der Filamenthalter ganz oben in den letzten Löchern setzt. Natürlich unser Netzteil auch mit einrechnen, denn wir haben ein externes Netzteil, was nicht im Drucker verbaut ist. Das ist ungefähr 15,5 auf 29. Nur das Gehäuse. Hinten schauen natürlich noch ein paar Netzteilstecker raus, die natürlich auch mitberechnet werden müssen. Da kann man sich aber natürlich variieren, ob man da abgeknickte holen möchte oder hier diese starren, wie auch immer. Auf jeden Fall hat dieser Drucker ein Monster-Bauvolumen und da muss man gucken, ob der auch in die dazugehörige 3D-Druckkabine passt, die zu Hause schon steht. Alternativ gibt es natürlich dafür auch einen Bau, einen Bauraum, eine Druckkabine zusätzlich zu kaufen. Die kostet aber circa 500 bis 600 Euro. Ich weiß nicht aus dem Kopf. Kann man aber auch schnell alleine bauen, aus Holz oder Aluprofilen, wie auch immer. Wir haben vorne an dem Drucker ein Touch-Display. Der hat mich sehr überzeugt. Der ist sehr, sehr klasse. Leider hat er einen Manker. Er ist kabelgebunden. Wenn das eine Bluetooth-Variante wäre, mit einer Dogging-Station, wo man das aufladen hätte können, würde ich auch wieder sagen, hey, 1700 Euro wäre angemessen. Wir haben hier vorne den Direktextruder sitzen. Der ist super klasse. Auch Aluminium gebürstet und wir können diesen sogar öffnen über einen kleinen Schieberegler und sehen direkt, wie wir das Filament, ob wir das sicher und richtig einführen. Top Sache, top Gerät. In diesem ganzen Gerät ist auch ein Autobit-Leveling-Sensor verbaut, der entweder über sechs Punkte oder neun Punkte sein Auto-Leveling sucht, sein Mesh-Bad sucht. Das Ganze super erkannt über den einzelnen Stecker. Stecke ich da jetzt meinen CNC oder meinen Laser dran, weiß ja ganz genau, ich muss nicht leveln, ich habe keine Funktion zum Leveln. Ich habe jetzt im Display die Laser-Funktion, die CNC-Funktion oder halt, wenn ich den 3D-Drucker angeschnöpselt habe, habe ich hier die 3D-Druckoptionen im Display. Das erkennt er sofort, man muss es nicht manuell ausführen. Wir haben hier ein flexibles, magnetisches Druckbett. Dieses Druckbett kann man biegen, sodass man hier seine Drucke ablösen kann und das Ganze ist auch magnetisch. Es ist sehr schwer, es ist Federstahl, hier oben ist eine Oberfläche, eine raue Druckfolie drauf, es ist kein PEI, es ist so im Ender-Style, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Super Haftung, ob PETG, ABS, PLA, alles schon ausprobiert, funktioniert wunderbar. TPU haftet wie Bombe, richtig gute Sache. Magnetisch, da gibt es schon einen Manko, ich kann es jetzt hier drauflegen, dann liegt es, es ist aber noch nicht arretiert. Das bedeutet, ich muss gucken, dass die Enden überall wirklich gut ansitzen, weil viel Spielraum zu diesen Z-Achsen-Spindeln, zu diesen zwei Z-Achsen, habe ich nicht. Es hat keine Arretierung wie der Prusher zum Beispiel. Der Prusher hat hinten zwei Bolzen mit einer Aussparung im Druckbett, kannst du hinten dranlegen, kannst du einfach fallen lassen, bumm, perfekt am Druckbett haftet. Wir machen den Drucker an, okay, und dann hören wir schon ein superlautes Netzteil. Ich weiß nicht, kann man das vielleicht hören? Hört man das? Wir haben ein super, super lautes Netzteil und einen super, super lauten 3D-Drucker. Das ist zwar nur der Lüfter in dem Aspekt, in dem Netzteilgehäuse, können wir alles wechseln. Ist auch schon auf manchen Plattformen zu sehen, dass das gewechselt worden ist. Aber wir haben auch einen super lauten Drucker. Und im Teil sage, Control, gehen wir nach Hause. Und jetzt hört ihr schon. Hört ihr das? Also, ich mache ihn wieder aus. Dieser Drucker ist super, 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 super laut. Da diese Kampagne zum ersten Start schon mal über 2 Millionen Dollar geraced hat und die Leute wissen, worauf es im 3D-Druck ankommt, weil alle Leute, die das entwickelt haben, die kennen sich in der Thematik aus. Und die zweite Kampagne, der 2.0 jetzt 7 Millionen Dollar geraced hat, denke ich mir, okay, da hätte man definitiv ein, zwei Euro mehr investieren müssen. Und dann hast du hier vernünftige Komponenten, die nicht so rumschreien. Es ist wirklich extrem laut. Es ist eine Höllenmaschine und du kannst keine sechs Stunden in einem Raum sein, wo dieser Drucker da im Hintergrund läuft. Geschweige denn, machst du das? Hast du Probleme mit den Nachbarn? Glaubt es mir. Die Leute, die meinen Livestreams wissen, meinen Livestreams kennen, die wissen ganz genau, dass ich aufgrund dieser Maschine schon mal einen Klopfer in meinem Keller gehabt habe, weil der im Erdgeschoss sich durch diese Störgeräusche abends gestört hat. So einen Preis dafür zu verlangen, weil es einfach viele Kleinigkeiten sind, die extrem störend sind. Also, Lautstärke Punkt 1, Display in der heutigen Zeit, Kabel gebunden, weiß ich nicht, muss nicht sein. Bluetooth würde reichen. Der Display kann ja auf dem Schreibtisch sein und hinter einem ist der Druck so, damit man immer alles einen Blick hat. Oder man macht es halt direkt über die WiFi-Option, die der Drucker auch bietet und lässt dieses Display einfach weg oder verbaut es einfach fest. Aber ein flexibles Display, wo es dann doch Kabel gebunden ist, sind genauso wie neue Autoreifen, die Löcher drin haben. Irgendwie doof. Punkt Nummer 3 finde ich, sehr, sehr negativ, das Kabelmanagement. Das Kabelmanagement an diesem Drucker ist katastrophal. Passt mal auf, ich zeige euch was. Dieses Kabelmanagement, ihr seht jetzt hier, das ist mein Kabel. Das hier ist jetzt mein Kabel zu dem Arbeitsprodukt, also zu dem Hotend, ja, zu dem Extruder jetzt. Passt auf. Dieses Kabel ist so fucking kurz, dass ich mir das schon beschädigt habe durch einen Fehler. Einen Fehler, den ich in der Konstruktion sehe und nicht in meiner Unachtsamkeit. Denn ich habe den Druck gestartet, wie gesagt, Auto Home ist hier oben, ich starte den Druck. Der Druck geht nach unten. Er führt sich hier runter, er will hier unten starten, will seine Kontrolllinie ziehen, zack, und will dann drucken. Während er nach unten gefahren ist, ist Folgendes passiert. Dieses Kabel hier ist so kurz und so scheiße, dass es hier lag, also ich habe jetzt das Kabel so, das Kabel lag so, hat einfach so gelegen. Okay, wir sehen es jetzt hier, wie es hier liegt. Da liegt es drauf. Wenn man das nicht weiß, achtet man darauf nicht. Auf der Z-Achse, jetzt passt auf. 10, 20, 30, 40. Wenn er jetzt weiterfahren würde, seht ihr hier diese Spannung drauf. Hier dieses Kabel liegt hier oben drauf. Ich stand glücklicherweise am Extruder oder am Drucker selbst. Und ich kann euch sagen, hätte ich das nicht gesehen, wäre irgendwas kaputt gegangen. Entweder wären hier die Kontakte rausgebrochen, entweder wäre innen drinnen die Spindel rausgebrochen, was ich nicht glaube, weil zwei Spindeln das Teil hier bewegen. Und ich sage euch, der hat nicht diesen Safety Stop, wo der Pusher merkt, dass er einen Widerschland hat und dann aufhört. Der fährt. Der fährt bis Stecker ab, bis hinten was aus dem Netzteil raus, bis hinten was aus dem Control Board rausbricht, bis das Kabel reißt oder bis die Spindeln brechen. Und das ist eine miese Aktion, weil das Ding hier ist auf Spannung und wir sehen, wir haben noch ein bisschen Platz. Also der würde noch weiterfahren und würde das Ding auch weiter auf Spannung ziehen, bis irgendwas kaputt ist. Ich habe es früh genug gemerkt, habe aber trotzdem hier an dem Kabel mir einen kleinen Schaden eingeholt, weil er doch extrem krass auf Spannung gewesen ist. Sage ich ganz ehrlich, Kabelmanagement bei diesem Drucker super einfach gelöst mit super geilen Steckern. Kann man nicht verwechseln, aber scheiße konstruiert. Muss man ganz ehrlich sagen, ist ein Riesenfehler. Punkt eins, was passieren kann. Punkt zwei, was passieren kann, dass das Heizbettkabel hinten irgendwo hängen bleibt, zum Beispiel hier unten drinnen. Das kann sich hier unten einhängen, dann reißt das Heizbett ab und was passiert worst case? Der Drucker hört nicht auf, das Kabel reißt nicht, die Motoren laufen heiß, du bist nicht da. Die Kiste fängt an, worst case Szenarien im Kopf auszumalen. 1700 Euro. Schwierig. Schwierig zu rechtfertigen, finde ich aktuell immer noch. Vielleicht aber auch, ich habe es den Jungs und den Mädels schon geschrieben von Snapmaker, bringen die mal ein längeres Kabelset raus, dass man die Kabel ersetzen kann, weil die Kabel sind safe zu kurz und safe unsicher. Was ich klasse finde an diesem Drucker ist, dass hier weder die Lager noch die Spindel Staub ziehen, denn die sind hier super geschützt durch diese kompletten geschlossenen Profile und hier diese Abdeckung, diese Aluminium Abdeckung. Das Ganze funktioniert einwandfrei, ist wirklich top. Man kann das Teil reinigen, ohne dass hier irgendwas kaputt geht. Es ist wirklich extrem gut. Das Ganze hier, wie das auch hinten verkabelt ist. Die Idee dahinter ist super, das Kabelmanagement aber eher miserabel. Der Drucker an sich druckt fast alle Materialien, so die mir bekannt sind. Also ich habe darauf ASA gedruckt, ich habe TPU gedruckt. Da war das Heizbett doch etwas zu stark in der Haftung, aber das kann auch im Level ein bisschen ausgeglichen werden. PTG ohne Probleme, ABS ohne Probleme, PLA ohne Probleme. Die Druckqualität an sich ist mit der hauseigenen Software, die mitgeliefert wird, eher semi-geil. Die Einstellungsmöglichkeiten und das komfortable Overlay oder das wünschenswert komfortable Overlay, was nicht vorhanden ist, ist eher so semi-geil, diese Software, die da mitkommt. Ich persönlich slice momentan alles mit diesem Drucker, mit dem Prusher Slicer. Das Ganze kannst du auch machen mit Cura oder Simplify 3D, gar kein Problem. In der PDF vom Snapmaker selbst wird beschrieben, wie du den Slicer einrichtest, dass der Slicer armandfrei auf dieses Maschinchen hier reagiert und dann natürlich nur noch deine Slicing-Einstellung anpassen, sodass du dein Filament hier kalibrierst und alles drum und dran schön machst, dass die Druckergebnisse am Ende des Tages auch wunderbar werden. Die Drücke können gestartet werden über einen USB-Stick, wie wir es klassischerweise kennen, nicht über eine SD-Karte, sondern es gibt hier einen kleinen USB-Stick, der mit beiliegt und es gibt auch eine Toolbox, wo viele Schrauben, viel Zubehör, viele Schraubendreher, viel Werkzeug, viel gutes Werkzeug mit beiliegt und es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze leider nur bis jetzt mir bekannt, WiFi zu steuern und zwar über die hauseigene Software, über den hauseigenen Slicer von Snapmaker, der heißt Luma, wie heißt der doch gleich? Ich weiß jetzt nicht genau, wie er, Luma, Lumatra, Lumi, Lumiarra, irgendwie sowas heißt der. Darüber kannst du auch das ganze Gerät über WiFi connecten und kannst dann über den Slicer am PC deinen Druck starten und du musst theoretisch gar nicht da sein. Das heißt, ich bin in meiner Wohnung und könnte den Drucker unten im Keller starten, ohne dass ich unten sein muss, wäre eine super Sache. Problem ist nur, dass ich das hier, wenn das passieren würde mit dem Kabel, nicht sehen würde und dann ein Problem hätte. Entweder ist was kaputt, es raucht was ab, es fackelt was ab, wie auch immer. Die Theorie ist aber da, man kann und ich habe es auch schon getan, das Ganze über WiFi, über die hauseigene Software, über den hauseigenen Slicer steuern und starten. Sowie nachträglich Temperaturen anpassen oder auch Emergency Stop, alles drum und dran. Ist mit dem hauseigenen Slicer über WiFi mit dem Gerät möglich. Wenn ich das Ganze jetzt umbauen möchte zu meiner Fräse, zu meinem Laser, muss ich hinten lediglich an diesem Objekt hier vier Schrauben lösen und ich kann Fräser oder Laser auch wieder mit vier Schrauben dran montieren. Einfaches Plug & Play sind in Sechskant-Schrauben, die mit dem Werkzeug, was mitgeliefert ist, einfach zu lösen sind. Man kommt super dran, es ist schmal genug, es ist einfach top und dieses Werkzeug, was man dazu bekommt, ist auch sehr, 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 sehr gut und gut verarbeitet. Muss man fairerweise so sagen, top, aber darum geht es nicht, denn gutes Werkzeug hat man normalerweise zu Hause. Es geht ja hier um die Maschine. Mein Fazit zu dieser Maschine ist einfach, mein Fazit zu dieser Maschine ist 1799 Euro. Finde ich für dieses Produkt zu viel. Klar, es steckt viel Entwicklung drin, ja, es steckt viel Zeit und Geld drin, ja, es steckt viel Material drin, schweres, gutes Material, aber es ist auch nicht das teuerste Material. Und auf Masse gesehen, wie dieser Drucker verkauft wird, würde ich sagen, 1700 Euro sind in andere 3D-Druckgeräte besser investiert, als wie in den. Und auch wenn es mit dieser 3 in 1 Option zu tun hat, nur der Drucker kostet natürlich weniger, aber trotzdem, nur der Drucker kostet auch viel zu viel, um ein vergleichbares Produkt, was besser, schneller, leiser ist, in Erwägung zu ziehen, einfach nicht fair. Das bedeutet, ich sage tatsächlich, dass mein Drucker, so wie er hier steht, zu viel Geld kostet für diese vielen Kinderkrankheiten, die er hat. Wir sprechen vom Extruder-Kabel, wir sprechen vom Heutzbett-Kabel, wir sprechen von den Stepper-Treiber bis hin zu den Lüftern, über die separate Version Netzteil zu Drucker, das hätte man hier locker unten alles verbauen können, wäre gar kein Problem gewesen. Genügend Platz ist ja da und genügend Hohlraum ist ja da, ist mir zu teuer. Denn man weiß heutzutage, dass man auf verschiedene Komponenten achten sollte und das alles ist bei dem Drucker hier nicht passiert. Trotz einer Vorab-Version, das 3 in 1 der ersten Generation, wo auch schon über 2 Millionen Euro Rays geworden sind und bei der jetzigen Version, wo über 7 Millionen Euro Startkapital hinterstecken. Und dafür hätte man auf jeden Fall ein bisschen mehr was rausholen können, um den Preis zu gerechtfertigen. Das ist meine persönliche Meinung, das ist mein persönliches Fazit. Ich sage euch so, wie es ist, dieser Drucker findet in meinem Keller keine Funktion bis jetzt, weil ich noch keine Stepper-Treiber und so getauscht habe. Und wenn ich es tauschen würde und umbauen würde auf Arduino-Board oder wie auch immer, dann würden mir gegebenenfalls die Funktionen verloren gehen, wie Fräse oder Laser. Und da ich diesen Drucker ja habe, um alles damit durchzuführen, wird das auf jeden Fall ein Produkt, was meine handwerklichen Tätigkeiten hier in der Garage unterstützen wird. Also hier wird gelasert, hier wird gefräst, hier wird gedruckt. Alles in allem ist ein solides 24 Volt System. Es funktioniert, es macht Bombenergebnisse, es hat eine Genauigkeit. Es ist ein brachiales Gerät, es ist eine Arbeitsmaschine, es ist ein Arbeitspferd, aber nicht für ein Schlafzimmer, auch nicht für den Keller, wenn man sich da drin auffällt und auch nicht, wenn man über sich oder nebendran Mitbewohner im Haus hat, denn das Teil hier ist ein Monster-Resonanzkörper für die ganze Bude. Sie schreit wie Hölle, wenn sie läuft, sie ist laut wie Hölle, wenn der Lüfter an ist. Out of the box könnte ich sagen, dass dieses Gerät kein Nachbarschafts-Freundschaftswettbewerb gewinnen würde. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder noch mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann schaut auch gerne im Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten geht es im nächsten Video schon weiter direkt mit dem Laser, danach die CNC und ich möchte euch jedes einzelne Produkt dieses Snapmakers vorstellen, denn es ist vieles möglich und die Qualität des 3D-Drucks habt ihr gesehen, wie der Laser aussieht, was der Laser kann, wie ich mir den Laser zurecht umgebaut habe und wie ich mir hier Fassungen für gedruckt habe. Damit der Laser nicht so schlecht abschneidet, wie er eigentlich ist, zeige ich euch dann im nächsten Video. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst dem Video gerne einen Daumen nach, Fragen, gerne in die Kommentare oder auch bei Anregungen oder Diskussionen über diesen Drucker, über andere Geräte, gerne im Discord vorbeischauen, der im Video verlinkt ist. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, bis dahin, macht's gut und gut Druck! So, und wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat und zu dieser Endsequenz noch da ist, dem kann ich sagen, dass es zu jeder Bestellung bei Printfuel ein Osterei gibt, welches eine Nummer hat. Ostermontag ist die Auslosung von einem Gewinn, werden hier über diese gelosten Eier, werden dann später Gewinner gezogen, das heißt, jede Bestellung bekommt ein Ei, ist deine Nummer mit im Lostopf und wird gezogen, bekommst du einen Gewinn. Gewinn natürlich Eigenmarken von Printfuel und dem Ganzen dann auch mehr zu entnehmen auf Instagram oder deren Webseite. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt wirklich ciao, ciao, wir sehen uns beim Lasern, das auch schon in den nächsten Tagen. Let's go! Ach so, und hinter mir steht auch die Spritzkuss und fast der fertige Schredder, da geht's auch bald weiter.